All die vielen Leute, die hier sind, einerseits als Publikum, auf der anderen Seite als Aussteller, sind die meisten Kunden von uns oder viele sind Kunden von uns als Gewerbe insbesondere oder insgesamt. Und wir wollen das eigentlich auch wertschätzen, indem wir eben hier auch mitmachen und die Messe ermöglichen. Die ganze Branche trifft sich da. Es ist ein riesiger Branchentreff. Einerseits Networking ist sicher wichtig und andererseits aber auch, dass wir es wirklich am Kunden präsentieren können, dem Kunden auch unser Angebot zeigen dürfen, was wir da haben. Sei das am Chauffeur selber oder allenfalls auch am Unternehmer. Es gibt neu eine Aftermarket-Spezial-Sonderschau. Dazu wird es den Emotions Test Drive geben. Das ist eine Teststrecke, wo man Fahrzeuge versuchen kann, mit einem alternativen Antrieb. Die Jeunesse ist für uns immer ein Thema, unsere Läufer. Wir haben sie schon auf der Tribüne des Inaugurations-Sonderschau. Und da sind sie wieder da. Das sind natürlich auch andere Jungen, die, vor allem, drei Wochen in Abu Dhabi waren, im Championnat des Mondes. Und wir haben zwei Medaillen, die in den professionen, die wir hier präsentieren werden, die werden da, nach der Inaugurations-Sonderschau. Aber das sind nicht nur die Champions, die wir wollen, sondern auch die Jugendlichen und die Formation. Transport.CH ist in den letzten Jahren eine Fiera für den Transport. Es ist wichtig, weil wir hier sind, weil wir hier sind, viele Flotte, die uns zu besuchen. Nachdenkenpunnen ist bei Herzen. Nachdenkenpunnen Nachdenken Marino Untertitelung des ZDF, 2020